Preview Heute machen wir einen Dreh zu folgenden Nummern. Die ist eine Nachstellung, 69 und ein Experiment, das habe ich noch nie gemacht, aber das möchte ich heute gleich mal ausprobieren. Wir drehen heute ein Musikvideo, Marc. Ach so, ein Musikvideo drehen wir auch noch nebenbei. Wir drehen ein Musikvideo und wie heißt das? Das heißt Aschen, nein nicht Aschen, aber Schneewittchen, nein nicht Schneewittchen, Zwergnase, nein Cinderella. Story, was drehen wir da heute? Über einen Mann, der in eine Hurna verliebt ist. Aber diese Liebe natürlich nicht erwidert wird. Aber zum Schluss gibt es ein Happy End, aber daran möchte ich dir nicht so viel dabei. ичige amis, Bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin.